alter gerade noch so im letzten ding okay doch etwas setzen FURRT SETZEN! GEMA freut sich! Geil! Okay, reicht. Weg. Ah! Moin! Scheiße! Ey! Mach dich skalt! Verpasst sich! Geh mal, fertig. Ey! Münzen! Schon wieder Münzen! Guck mal, das geht so. Wollte krass sagen, als ob man da jetzt wieder noch reinkommt. HALT HERZ! Nein! Du hast nur noch zwei Herzen, ne? Schon wieder. Krrrr! 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 bützern knus mann muss man drauf Nein, dann brauchen wir jetzt wieder Cha-Cha. No, so close. Wow, miesig. Ja, aber da kommt auch noch trotzdem irgendwie hin. Ah ja. Ja, da kann man das Tor aufmachen. Aber ich will eigentlich da hoch. Da nicht hochkommt. Nein! So eine Scheiße. Miese Geschichte. Tja. Atario. Geht nicht mein Plan. Bam. Was ist hier noch? Ah. Da oben ist bestimmt auch noch ein... Oh. Oh, leck mich doch am Arsch. Warte, da wird er nicht hochkommt, ey. Sieht damit schon da aus, oder was? Nein, nein. Oh, hier ist die gleiche Höhe. Scheißendreck. K, und jetzt gibt's Ärger. Alter, warum... Jetzt war das. Moment. Geld. Geld. Ja, easy, easy, ne? Casual dash. Wow. Mies. Bam. Zusammen. Bam. In-your-face production. Oh. Oh. Ah! Ah! Münzen! Meine Münzen! Ah! Au! Nein! Du musst mal drücken. Hm, oder so. Ja, haha. Ja! Äh, Münzen! Was? Hahaha! Alter! WTF? Ich werde das zehnmal tot! Ey! Münzen! Luz, man! Versager Episode 2 gemeistert Nice Sorry, es ist nie bei der Chips Ich kann nicht aufhören Die sind mega Hashtag Werbung So die Werbung lassen Lays Bad luck He 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 Okay, reicht Durchgespielt Dauert noch ein bisschen winzen muss man jetzt reicht so Herr Judah, laufen sie schneller los! Okay, tschak tschak! Episode 3, wir kommen! Die Schüsse! Jetzt wird es jetzt hier ein... Ah, es ist ML! Ah, jo! Das wäre aber geil! Ich habe übrigens einen neuen Screenshot Master, das ist jetzt neben mir. Da macht jetzt meinen Screenshots. Ja, hauptsächlich Screenshot Master, weil ich immer tausende mache. Kann ich mir ja zwischen 10... Ich bin nicht überhaupt. Ich bin rot. Ich bin blau, wollte ich gerade sagen, ich bin der blaue Spielepfeil. Jetzt brauche ich auch ein... Loil! Ich muss nach oben drücken, um nach unten zu fliegen. Bescheuert ist denn dat? Was ist das bei dir aus, also muss ich auch nach oben zu fliegen? De scherfe Scheuer. ja ja hier beim gar nicht nach oben jawohl wenn BAM! No! Boah! Die Szene war auch im Film, alter. Jo. BAM! Boah! Boah! Ja. Boah! 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 Dachte schon... 2... Münzen! Wir brauchen Münzen! Oh! Groder Scheib! Boah! Nice! jawollo er der mama voll ich glaube das ist das einzigste level dass man durchspielen kann ohne dass man irgendetwas anderes braucht die seiten betrifft die dinger nicht kein geld gegangen da ist der letzte scheiße aber wir kriegen kein wahren jedi mehr schade level abgeschlossen schade ich hätte mal gerne mal zwei bonus also gehabt aber ein geld magnet wie die starfighter und galben die haben wir nicht geschafft sagt sagt das herrscht die gibt die gibt meine augen brennen warum auch immer 2 kann schon mal vorlesen hoch über dem planeten liefern sich die separatisten eine heftige raumschlacht mit dem auf dem flaggschiff der separatisten halten kaum und general grievous kanzler palpatine gefangen nach dieser landung im haupthangar des schiffs stehen obi-wan kenobi und anakin skywalker eine übermacht feindliche truiden gegen punkt 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 jetzt bin ich anecken du bist vorhin auch schon so ne ich war ja ne vorhin gegen pappelt er gegen k ach so ja geld wenn du kaputt machst du das haben jetzt auch ein auf mein waren jedi guck mal da steht grüß das ist wenn man die nuggets gemünzen knusmann kein bloß insider hashtag geht her vorhin auf je habe vorhin die 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 mhm alter wie lange man hier Minzen sammeln muss gehts irgendwo viel schneller na bitte L halt Münzen ok Münzen Geiern Aua 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 Ey Sollner Scheiß Ich muss noch nicht mein Geld weg Ich glaub Sack